willkommen zurück zu super mario maker in diesem part werden wir diese drei super level jetzt lösen und das erste ist dave's house of gumdrops von sir dave ohne 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 am es hat mir ja nicht dass ich darauf den das in cham muss das ist ja übel ich muss auf den spin jumpen ich muss auf den spin jumpen ich muss auf den spin jumpen nein in die falsche richtung gedonnert aber sowas von jetzt krank ich wäre fast da oben gewesen ich war fast da oben gewesen es ist interessant dieses level und ich hätte diese den auch shit oh shit ja ich habe es voll verkackt und ich hätte ernsthaft diesen diesen käferpanzer jetzt gegen diese mauer das schleudern sollen da stehe wieder auf glücker lumba es kann bisserl dauern dieses level ich glaube ich habe es im prinzip verstanden doch nicht muss ich schnell sein muss ich schnell sein das war ziemlich das war sehr lappenhaft das gebe ich zu legt mich doch der anfang ist ganz schön oder vielleicht muss ich doch nicht einmal ich muss auf ich habe keine ahnung das ist ja das ist ja das ist ja gemein dieses level mit geduld und spucker kriegen wir das hin ist der was ich habe keine ahnung wie das funktionieren soll 0,63 prozent abschlussrate ok dann das nächste level jungle teppel ist sogar von rakuga ist das dein ernst ist das dein ernst mein gott das ist ja ziemlich krass dieser jetzt habe ich mit den krassesten level dieses timing es ist böse gemacht das ist wirklich mies so was jetzt ja also okay ich muss hier wieder spin ja genau schlüsselmünzen gibt es ja auch noch fdw kann ich nicht da wo kann ich nicht du was sollen wir machen gerade noch so ja als als ob einmal ich hätte den einen treffer einstecken können ist das mies das ist mies aber geil mies aber geil gott gott oh mein gott und jetzt zur schlüsseltür noch mal gnädig braucht erwarten braucht erwarten das wissen macht da übrigens ja wir wissen jetzt diese blöcke jahren putzen genau dass er dass die kanone dann darunter fällt muss ich erst mal warten ja das ist für schwung ok sind ketten und ein großer und wir haben das level geschafft ja es war durchaus interessant sage ich mal ich glaube den gebe ich ein stern schon coole ideen dabei waren auch wenn das mit dem und ist schon ein bisserl mies ist aber trotzdem cool gemacht hat auf jeden fall einen stern verdient so dann es ist jetzt nicht das letzte level weiter aber pyrophobia melancholia von mir von dem hatten wir glaube ich schon da geht es heißt zur sache wir sind ja erstmal eine abkürzung ich glaube ist das so gedacht wir sind die wie viel trennen also wie das klingt ja der fehlt runter wie das klingt oder muss ich schnell da durch und nochmal schnell durch okay hier ist timing alles wir sind Schubert Hilfe wo der hell ja hier oben geht's mein Ter was ist hier ist hier was ist was ist was das sagt mein Instinkt und dieser Instinkt oh leck mich doch ja was will dieser scheiß comic ich muss aktivieren und schnell weg ich habe aber das sind äh random Pilze oh fuck was gehe ich diesen Weg mal heute ich bin zuerst seine Abkürzung gelaufen joshy joshy natürlich wir sind keine ahnung das von hello kitty deal und so oh yeah bitch bitch ja 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 beste beste oh mein gott oh wir sind ähm limone wir sind limone wir sind eben ohne scheiße ich habe limone verloren wir sind nicht mehr limone wir sind jetzt wieder mario oh my god jesus christ schwede ähm jetzt muss ich jetzt irgendwie was ist wenn ich mal mit ich versuche nein 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 datra me Pils let me fuck oh fuck oh fuck oh fuck yeah yeah bitch oh yeah wir sind ein hause wir sind ein hause ja dann würde ich mal sagen wir machen jetzt ein stern rang liste ich hätte gerade etwas sehr interessantes gesehen was man alles gibt es so in der stern rangliste alle vielleicht lächelt mich irgendetwas an nein das sieht cool aus es gibt es sonst noch mario kart das haben wir glaube ich schon gespielt ist es los tempel dann ich würde mal vorschlagen wir gucken uns die nummer 15 nummer 16 sehen interessant aus mal gucken was die nummer 15 der stern rangliste zu bieten von mikro michael ich weiß schon sie ist schon sie schon nun mangel des gerade an der ausführung so ich muss auf den doch nicht muss das mit anlauf machen das war nichts das war nichts aber jetzt so weit so gut du legt mich doch aber wenigstens muss ich jetzt nicht mehr von vorne anfangen das ist ja das gute dran nein aber was ist wenn ich nur hin hin hoffe okay geschafft das ist easy und das ist crazy den brauche ich oh mein gott okay ich brauche nein es geht geht doch nicht geht doch nicht gg gg hier wieder ok wir haben die die da wird für ein geisteskranken sprung noch einer ich sehe schon ich sehe schon ich sehe schon das ist ja krass das war nicht gut da war nicht gut das war schlecht warum schießt dieser geduld mit geduld und spucke kommt man ins ziel nicht so wie ich so wie machen das jetzt am glücksten endlich wenn ich dann was dann geschafft habe ist es eigentlich nicht mehr so schwierig ich möchte behaupten dies eigentlich nicht schwer nur mangelst es gerade an der aus ausführung diese stelle sagt und da kommt noch so eine stelle ich warte lieber scheiße ich trau mich nicht mich nicht ich muss mich aber trauen ein bisschen später hätte ich habe springen müssen bisschen später aber 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 cooler level muss ich schon sagen ja da geht ja noch also ich muss hier hinstellen muss mich ja hier hinstellen ein bisschen warten das ist krank das witzige ist es kommt noch wieder so eine fucking stelle das ist ja mega krass das ist ja mega ich gebe mir noch drei versuche so jetzt hier hinstellen das geht ja alles noch und hat auch das hier ist schon ein bisschen das komplizierter mal 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 jetzt ja jo landet direkt in die lava das kann kein problem sein oder vielleicht auch doch ja als ob als ob ich so weit springen muss ey jetzt und dort hinten wäre es vorbei gewesen ja aber wir wissen jetzt ja wie der hause läuft so easy ich warte lieber eine neue pflanze das sieht zwar ultra kompliziert aus nein nein es kommt jetzt oh ja klar aber ich glaube das ist jetzt nicht mehr so schwierig und ich sehe es das wäre schild das da schlüsselmünzen gibt das könnte etwas böses sein oh man wie lang geht denn diese spin jump diese spin jump passagen noch ok ich glaube da drüben ist es glaube ich vorbei glaube ich dass wir dann nicht besser nein 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 Das ist nicht wahr! Das ist nicht wahr! Oh fuck! Das war bisserl knapp! Oh, ein Stern haste! Oh! Das war so weit, ne? Ich frag mich grad, was sonst noch so alles kommen wäre. Aber gibt's irgendwie... So ein kleines Musiklevel oder so zum... Für den Abschluss oder so. Ähm... Das Geheimnis von Klan, das brauch ich nicht. Irgend so ein... Musiklevel oder so. Da ist ein Musiklevel. Aber nur ein bisserl blöd, dass ich kein Japanisch kann. Aber ich gucke mal, was ich sonst noch so finde. Oh, mein Nachbar Totoro! Oh, cool! Das... Das zieh ich mir rein. Das zieh ich mir noch rein. Warte, ich muss noch starten. Ich hab das Wort zu... Äh, zu spät gelesen. Warte mal, ich muss mal ganz kurz... Oh, das ist so cool. Jo... Jooo... Dann wir immer sagen, das war's wieder mal von diesem... Mя-Suk-Nepte Mache-Parth-BE-K-Hor-Hor-Hor-Hor-Hor-Hor-Hor-Hor-Hor-Hor-Hor-Hor-Hor-Hor-Hor-Hor-Hor-Hor-Hor-Hor-Hor-Hor-Hor-Hor-Hor-Hor-Hor-Hor-Hor-Hor-Hor. wir mal ein bisschen musik 20th century fox 2 also wenn man ein mario film machen müsste dann müsste man das hier einbauen so aber jetzt aber ernsthaft das war es jetzt für diesen part ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja lassen aber auch da wenn nicht dann nicht da sehen wir uns beim nächsten mal wieder hier ein super mario maker und ich habe knapp der weltrikot verpasst splatoon mittel also was noch das platoon mittel reinziehen das ist von hyrulean okay ich lass mal jetzt das laufen kid or squid lauf limone das ist das final boss lieb ich sofort das final boss lieb erkannt habe bäms so jetzt anders auf das war es für diesen part ich hoffe es hat euch gefallen mir da lasst da hoch da wenn nicht da nicht dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder in super mario maker bis dann und er kriegt natürlichen stern da hat es ok ok es ist ein pokémon go automatic level ja aber jetzt aber jetzt ist an Ciao.